Hm, schau'n vor. Letter Rink. Definitiv, nein. Oh no, Ratten! Was? Ungeziffer! Auch noch Riesenraten mit Pestbeulen. Legt den Käse aus! Und schlagen Rattenmensch. Ungezifferkönig, der war jetzt nicht so... Hey, ein Rattenhut! Wie sieht der aus? Wir haben... Ah, schon halb sechs. Uh, Blitzpulver! Das ist eigentlich auch sehr, aber... Ich hab'n schöneren Helm. Ich mach' mal kurz das Schild wieder. Bis jetzt tausend Schnitte! Eigentlich eine pro halbe Stunde. Ähm... Kein Dings aufgenommen. Das Bild wurde nicht aufgenommen. Der Ton ist da, aber Bild nicht. Vielleicht, weil du ständig raus-tapst? Ich da aber nur... Ich lass' auch wegen diesem Grafik-Bug, den ich vorhin hatte. Vielleicht lag's da an. Ja, ich lebe, ich kann ja den Ton nehmen. Ich kann's dir die halbe Stunde da bei mir überschicken. Du weißt ja, warum ich hier ranne. Ich sag' mir Bescheid, wenn ich raus... Ähm... ...werte Folge verloren geht. Ja, so wird Rapi eine Folge von mir hochladen. Naja. Ah, verdammte... Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Von wegen tolles Aufnahmeprogramm. Vorher war's immer noch mal, bis ich den Updates gemacht habe. Seid ihr, läuft nämlich nicht mehr so gut. Hätt's mal keine Updates gemacht. Das verschießt immer alles. Ich hab' jetzt noch Teil von Updates gemacht und... Ich will das hier nicht schon wieder nochmal neu aufnehmen. Ton nur in Ordnung, ist nur ein Schwarzbild. Äh, vielleicht muss ich den Grafik, äh... ...treiber gleich nachher noch neu installieren. Was? Hat er das gekriegt? Deck. Oh, das war ein frischbar Leck. So ein Leck hab' ich ständig, wenn du nicht teleportierst. Ein Wecker. Flatsch. Ah, herr, jetzt sind Tauren. Aber wilde. Oh, die davor waren nie wild. Reif doch an! Ich steh' nicht nur rum, Mädel. Ah, ja. So, vielleicht gehört wieder normalen Stellen, Schatz. Defensiv. Hör doch mal, was tut. Nicht, ja, rumsteht. Da hat kein Bock mehr. So, du hättest ne Höhle. Leichenfresser. 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 Ja, danke. Von Peer bin ich doch quasi ne Wandel, ne Leiche. Oh, Antlimos, Selendiebe. Selendiebe, mein ich. Lebenswasser. Jetzt haben wir ihre Seele gestohlen. Stopp. Ja, ich weiß, Vorsicht. Pass auf den Weg, gehafte Stopp. Oh nein, sie klauen ein Gebäck namens Seele. Jetzt kann man sehen, sie klauen dann Baguettes. Alles Mögliche, was gebacken wird. Brötchen, Toast. Erotisches Gebäck. Schnitzel. Oh, kein Nuss an muss. Was gebetet hat, hey? Oh, Chicken, don't call it Schnitzel. Bin gefangen. Das war meine Strafe. Ach, was? So. Anja, was? So was denn da oben ist denn? Chicken wird bestraft. Oh, die kommen uns dann oben an. Ja, die haben sich schlau aufgestellt. Nein, sie kämpfen taktisch. Wir wollen uns auch essen. Na, aufschlitzen. Werden Schnitzel. Weg, Gertys. Oh je. Chicken wird wieder von Shiro. What's a gun? Als ironischer Helm. Als ironischer Helm der Ruft. Ich sammle ja schon einen. Ich weiß. Oh, schon wieder Stein. Ich sammle ja schon. Ich bin doch so kleptomanisch. Ach, der Unterung. Oh Gott. Oh je, Banditen, Habien. Du kannst ja deine Glätterhandschuhe auspacken und hochkretten und ihnen eins überziehen. Aber ich kann nicht bei Felsen, also nur bei Wänden machen, nicht bei Steinen klippen. Voll doof gemacht. Hm? Doof, 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 doof. Alles doof, 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 doof. Du bist auch doof und du bist doof und du bist doof. Wenn du da hinten bist, ist das recht doof. Wieso ist der Kerl, der gerade von der Klippe gestürzt ist? Mhm. Alles doof. Hm. Oh, mach das schon wieder Steinform. Steinform ist auch doof bei den Gegnern. Hm, vor allem bei denen. Oh, hör mal alle wechseln auf, nein? Eigentlich nur bei denen. Bei uns ist es recht hilfreich. Auch wenn es nicht funktioniert hat. Der letzten Session. Hier sollte. In der gestrigen eher verlorenen Aufnahme. Mhm. Habe ich einige Male Steinform gespammt. Wie ist das passiert? Und dann war ein Ticken. Doot, 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 doot. Ganz wieder doot. Ganz wieder doot. Aber nicht so tot, dass ich Rappi eingeholt habe. Das geht nicht mehr. Das hat Jing nur gehört. Natürlich. Och, blass nicht in dein Hörnchen. Hm. Das geht simsisch nicht. Und das gehört sich auch nicht. Ich will hart. So, rechts geht's zum Harten und da oben zum Verdietenlager. Lappi hierbleiben. Hm, was soll ich denn sonst denn? Keine Ahnung, du rennst gerne weg, während ich baffe. Ah, du musst auch Bescheid sagen, weiß ich ja. Das stimmt doch. Bogen. Kronerei-Meisterschaft. Ich glaube, der ist halt auf Dix gedrückt. Hm. Alles Beste, aha. Dein Goal ist weg. Und der Bogen. Naja, nicht so toll. Ja, sorry, dass ich dir so einen Schwachsinn gebe. Wieso? Wenn der Spiel so einen Schwachsinn gibt, gewöhnt mich dafür. Da oben geht's schon mal zum Verdieten. Das ist der Verdiet. Und noch mehr Verdietchen. Was ist denn Ding? Monat Lago? Irgendjemand lebt. Aber ihr seid doch tot. Meine Wölfe töten, bevor ich ankomme. Ah. Oh nein. Ach, meine Hand tötet auch. Ihr könntest auch, wenn wir tot. Kann passieren. Also wieder zu mehreren kleinen Steinen zusammengebrochen. Kleine Steine. Er ist ein Kleinstein. Yay, Pokémon! Ah, okay. Nein, mehrere kleine Steine. Nicht nur einen. Kleinstein. Und hier noch links. Ich bin gleich. Oh, mal hier. Kleinstein, böse. Ich hab ihn gelaufen. Da links. An der Klippe. Generell sind alle Pokémon böse, die sich durch Tausche entwickeln, weil ich nicht tauschen kann. Ja, Chicken. Ganz schön doof, ne? Da hat die von oben. Ah, Kaufmusik. Auch da, deswegen. Beide gleichzeitig. Ich wollte mich aufschlitzen. Oh nein. Und da ist der Skion. Oh, er hat seinen Helm verloren. Hab ihn ausgezogen. Ich bin da hingelaufen. Keine Ahnung. Ah, super. Das war den letzten Hallelanger töten. Weg. Das war eben schon das Kampfversieg. Das ist einfach abgehauen. Feigling. Nicht mal ich bin so feige. Oh, er ist er schon. Der ist schon schütt. Oh ne, was anderes. Nicht jetzt. Keine Ahnung. Oh, das ist so hoch als du es. Nur weil ich mein Ignition gemacht habe. Oh, Kiesel. Oh, der ist, nein. Irgendwie bin ich verlangsamt. Oh je. Ich bin ja schneller. Verdammt. Oh nein, Wolf. Nicht rechtzeitig auf vier gedrückt. Ach, oh nein, Wolf. Wolf, machst du das? Ich bin egal. Da hat er ihn getötet. Ohne mich. Bist du tot? Ja. Hab ich doch gesagt. Verdammt. Was ich nicht rechtzeitig mehr... Da kostet er wieder die Erfahrung ab. Der war schon tot, hast du gest... Nein, der hat noch gelebt. Nein, ich meine... Ich meine, der war schon tot, bevor ich gemerkt habe, ist gesto... Kann man nicht merken, dass ich sterbe? Ich sehe doch auch mal, wenn du stirbst. Ich dachte, er ist schon in der letzten Sekunde geheilt. Weil da waren so viele Leute in der Gruppe bei dir, ich habe... zu bewahren. Wir haben noch dabei, was du dich... Ah, ist der Grafstein. Ja, der war hinterher beim Grafstein. Die sind gar nicht gesehen, dass du da tot warst. Ich kann nicht sehen, was da los ist, wenn so Leute von der Gruppe rumstehen. Ich werde nicht beachtet. Wie ich schon gesagt habe, es war zu viel los, ich habe es nicht gesehen. Ich muss die ganze Zeit um mein Leben kämpfen. Demokrite ist erst tot. Ich kann nicht sehen, dass er ein Rappi aufkommen wird. Irgendwann. Seit 30 Jahren. Ah, ich verkaufe Gott. Das geschieht. Dann verkaufen wir auch. Jetzt wollte ich gerade auch verkaufen, dann kommt er auf einmal. Kannst dich auch nicht entscheiden. So, es geht nicht, ist dort. Ja, ich bin auch tot. Sie hatten sogar 10 Toren. Ich meine, ich habe nie an dir gezweifelt. Ich habe schon an dir gezweifelt. Zumindest heißt meine Tore jetzt wieder rekonstruiert von der verlorenen Aufnahme. Schrift oder ist Blutzorn? Ich verdichte eine Lehre. Endlich ist auf dem Markt wieder was los. Fast zu viel. Ein Wagen ist um ein Haar mit meinem Stand kollidiert. Was sagt man dazu? Du mich auch. Hm, dein ist besser. Nee. Ich behalte meins. Ah, neuer, netter Ring. Das ist so Schriftrollen. Zykloppen, Zykloppen. Und ich nähere. Himmelszorns. Meins. Ich weiß. Ich nehme mir die Zykloppen. Wie gesagt, ich bin in Kammerunterstützung. Ich koche alles ein. Sogar Weintrauben. Dann koche du mal. Dann koche du mal. Koche mal alles schon. Koche mal deine Rosinen. Rosinen. Probier mal meine getrockneten Weintrauben. Ich will nicht deine ekelhaften getrockneten Weintrauben essen. Mhm. Ekelhaft. Widerwärtig. Aber nix die noch nicht hier. Der starb doch im Lager. Oh, na, schon wieder Sackgasse. Wie gestern schon. Hab ich gerade einfach mal in die Sackgasse gelockt. Ich böse es etwas. It's just a prank. Nein, es sind Prankwars. Wir sind nicht auf dem Hörmelkraftserver. Hier gibt's kein Prankwars. Na, aber schicken wir bestimmt gerne dort. Leid? Nein, okay. Handgebiet von Kernchenai. Würde ich mich nur lächerlich machen. Ah. Außer man spielt hier da ohne Keep Inventory und mit Creeper Explosionen an. Was? Warum? Also, wie wahnsinnig die sind. Hm. Ja, wir müssen... Stimmt ja, ich hab das letzte Mal gesehen hier. Wo einem mit Zombie. Ein Kind. Baby Zombie getötet wurde. Baby Zombie. Ich bin im Netz gefangen. Mit dem Diamant-Sperd. Oh je, Flagge. Wow. Na gut. Haben schön... Ah, Lebenskraft. Den zehenden Bogen ist einfach ein Gienstkämpfen. Glückwunsch. Ach, die Truhe aufschicken. Gleich war's. Ist auch gut. Ach ja, die Felder. Die haben Bounds, Leute. Gleich schon sechs. Oh je, Flagge. Stein, Stein, Stein. Du schaffst natürlich noch rechtzeitig in Stein, aber ich hab's vorhin nicht geschafft. Ey, bei mir war's auch knapp, weil ich hier vorhin betäubt war. Bei mir war's auch knapp, aber ich hab's nicht geschafft. Ah, jetzt verstehe ich, ich wär tot. Ich war tot. Ja, ich weiß. Zufrieden. Nein. Ich hab Tode. Ja, und ich hab mehr, ey, als du. Ich hab's doch schlimmer mit dem Ton. Aber du sagst ja, jeden Kapitel mindestens einmal sterben. Aber jetzt darf ich nicht mehr sterben. Sonst führe ich die Quote nicht mehr. Die Durchschnittsquote. Es sei denn, ich sterbe zehnmal. Gehört sein zu böse. Ja, das heißt, ich muss jetzt jedes Mal sterben schicken, ich sterben muss. Ach, zur Not verlass ich einfach am Ende die Partie natürlich hüttest du mich ein paar Mal, bis ich dann zehn habe. Hoh ich da vor, wer die ganzen Gegner auf mich anwärtsam macht. Besser so. Ich bin in die andere Richtung gelaufen. Achso. Oh, was ist das? Hier. Schiff. Und Alfreda. Welch Wahnsinn ist das? Und dann den Koloss von Rhodos. Okay, was macht ihr hier, Pelagius? Der ist dieser Kaput. Ohne ihn, müssen wir den ganzen Peloponnes umsegeln, um nachher Tegelagen zu machen. Oh, ich muss gleich zumachen. Deswegen sag ich ja auch. In zehn Minuten. Wir sehen ihn einfach über den Isthmus. Das dauert immer noch einen Tag, aber es ist viel schneller. Es ist viel schneller. Faulheit macht's erfinderisch. Ja, deswegen hat die Menschheit auch die Fernbedienung erfunden, weil sie zu faul war, ständig aufzustimmen, um die Kanäle zu wechseln. Oder Keuterkunde, um Chicken länger am Leben zu halten. Ist es Faulheit, mich am Leben zu erhalten? Nein, Keuterkunde. Faulheit wie in Arkham Origins. Du kommst jetzt auf Arkham Origins. Oh. Neues, da liegt. Fragezeichen. Weiß noch, wo Chicken zu faul war und falsch zu faul sein? Achso, weil ich eine Schnellreise gemacht habe. Ja, genau. Es hängt von Wutans Weisheit. Kein Preis, nicht einmal der Verlust eines seiner Augen. Scheinst dem Allvater auf seiner nie endenden Jagd nach Wissen zu hoch zu sein. Kann Rüstung und Schmuck verzaubern. Minus 20 Leben, aber für plus 2% erhöhte Erfahrung. Mhm. AdWords for Arkham Origins. Hast du eigentlich mittlerweile U-Gam Plus und All in the Night? Ähm, noch nicht. War zu faul für. Zu faul für. Wollen wir schon von Faulheit reden? Zu faul, um es rüber zu kopieren. In deinen Ordner. Du hast zu faul, um es alleine zu spielen. Alleine zu spielen? Weißt du, was ich gemacht habe? Das ist doch langweilig.